Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Hier geht es richtig zur Sache. Ähm, was passiert eigentlich? Wenn ich den auf den hier... Macht den nicht so viel im Truck, oder? Ah doch. Kann man uns zerstören. Wollte ich nur mal sehen. Auch schon. So ein Auto hier. Okay, kann nicht nur auf ihn passieren. Wir brauchen die Munition. Wir dürfen dies nicht verschwenden. Wir... gehen jetzt weiter. Ich mach grad richtig Bock. So, diesmal nehme ich, ähm, die Farmers und die Scar. Wollen wir sie denn? Da. Eine meiner Lieblingswaffen. So, was haben wir hier für Gadgets? C4 wieder, okay. Kann man so lassen. Kann er wieder auffüllen. Oh. Auf den Dächern sind Wachen. Koffe-Kreffer. Oh, diesmal nicht allendet gerade. Das ist aber stetig der Abschuss. Oh oh. Okay, den haben wir noch aufgereiht. Vorher, wenn er jetzt seine Rakete reinjagen kann. Ah, da hinten. Kopftreffer. Yeah. Kann man schon mit so einem Laser-Biss. Ja, also da kann man gut zählen, finde ich. Auch über das Tanzen hinweg. Ich hab da geschossen. Oh, oh. Oh, fuck. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und weg! Wow. Haben wir den Panzer zerstört? Ich glaube schon, oder? Oh, die Sniper. Scheiß Sniper, ey. Wo, 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 wo. Schnell runter. Boah ey, gehts grad richtig steil. Es ist schon hart. Wo? Das ist natürlich auch übel. Wo, 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 wo. Alter, ey. Hier ist richtig Krieg. Merkt man. Richtig hart. Also hier geht schon noch ein bisschen mehr zur Sache wie in Call of Duty. Bin ich zumindest. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, dass ich Krieg, äh, gerne mag. Aber... Und da kann man sich dann auch bieten. Es sind weit andere absetzen, die gerade im Krieg sind. Ich weiß nicht, dass wenn man so stirbt ist, ist es bitter. Nein, ich muss hier weg. Oder wenn man hier so eine Unterzahl ist, ist es auch bitter. Ach, schnell hier rein. Warum komm ich hier nicht weg? Woah. Jetzt aber, komm. Ich bin hier quasi ganz schön unter Adrenalin. Alter. Komm. Nein. Boah, ich muss hier weg. Zu weit. Wo ich voll auch nicht zu weit war. Oh, scheiß. Alter, was hält der aus? Jetzt. Der ist weg. Wow. Hier geht es echt gut zur Sache. Ja, schon. Ich bin nicht down. Kack. Hm. Granata. Sehr schön. Oh, noch sechs Schuss. Okay, leer. Dann nehmen wir jetzt die Farmer. Ne, die Scar nehmen wir jetzt. Die ist auch sehr gut. Boah, ja. Fällt mir sehr gut. Jetzt dürfte es hier auch mal langsam zu Ende sein. Weil man kann ja eigentlich alles wegschlagen. Wow. Kopf Treffer. Geiler Schuss. Geiler Schuss. Wrecker. Der Wrecker sind ja wir. Gerade die, die jetzt später zugeschaltet haben, das noch nicht wissen. Mal von hier oben so ein bisschen gucken. Können wir. Können wir vielleicht. Statt den Minen hier. Sowas hier. Fünf Schüsse, oder? Schüsse. Schüsse. Können wir hier runter ohne zu sterben? Ach, das Risiko ist mir zu groß. Das müssen wir nachher wieder von vorne anfangen. Das wäre bitter. Also gehen wir hier. Den konventionellen Weg. Sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es noch jeden Tag voll auf die Ghosts raushaue, storymäßig, dann werde ich das nicht schaffen, weil das ist gerade ein bisschen zu viel. Ich muss mich ja um die Schule auch noch kümmern. Alter, dahin. Die Riesen-Moschee. Unglaublich. Oh oh. Oh, zwei. Kopf Treffer. Kopf Treffer. Direkt vor uns. Sieh, sieh, sieh! Ah. Da. Fuck. Fossil-Irish. Wo war der dahin? Jetzt da geh ich nicht. Alter, Irish lässt sich jetzt auch nicht hier hin. Unglaublich. Eirisch, du bist ein Idiot. Selten blöd bestimmt. Verstärkung! Woow. Woow. Fast keine Muni mehr, aber das Rhythm ist... Theoretisch. Woow. Alter, der ist aber auch sehr blöd. Okay. Okay. Sehr schön. Nehmen wir uns mal wieder die Star. Aber wo ist hier ein Feind? Fuck. Hier im Wald ist es immer ein bisschen schwierig. Zu sehen, wo der Feind daherkommt. Ein bisschen an den Stein vorbeikriechen. Hier ist übrigens alles sehr detailliert gemacht. Aber das seht ihr ja selber. Kopf Treffer. Woow. Den da hinten was ich nicht kriege. Da muss ich näher heran. Muss ich viel näher ran. Woow. Wo ist die Mauer? Woow. 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 Letzte Folge auch. Alter, der hat mir gerade den Stein weggebrannt. Tatsächlich. Okay, das war ne Mauer, aber trotzdem. Konzentration! Kopf Treffer. Ist er schon tot? Weiß ich nicht. Kopf schon. Kopf. Ne, keine Kopfschäufe. Ah, das macht keiner. Ich sehe die Schür. Du halber Haff. Dass so ein Baum kann man nicht durchschießen. Nein. Schneider, wach. Ah, fuck. Ich krieg's dein Kopf. Kann man glaube ich auch nicht. Die sind Kopfgeschützte. Am Kopf geschützt. Den haben ja alle eine richtig dicke, fette äh, äh, Wow. Alter, bist du behindert. Tunnel Eingang gesickert. Haha. Okay. Na gut. Kann man doch draufschießen, das wird dann, oder? Das fällt ein bisschen abstrichen. Aber okay. Das geht glaube ich nicht in die Luft. Also gehen wir hier mal weiter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Da. Untertitelung des ZDF, 2020